Hallo meine Freunde, viele von euch wollten jetzt wissen, mit welchen Sachen oder Instrumente ich arbeite und wie ich sozusagen meine Songs schaffe oder einfach gesagt, wie ich eigentlich arbeite. Das sind meine Instrumenten, meine Sachen. Da habe ich nicht so viel Zeit mit Videos oder solche Sachen mich zu beschäftigen, das ist nicht mein Ding. Meine Aufgabe ist, ja wie gesagt Musik zu machen und ich versuche es. Das kann nicht immer alles perfekt sein oder ja. Also wenn ich mit dem Keyboard arbeite, ich brauche eigentlich nur die Tastatur. Da gibt es verschiedene Sorten. Das war's ja.